aber keine roten das ist gut also machen wir doch lieber das hier was war das? irgendwie tut mir der Kutter jedes mal leid den kloppt's ja hier voll mit der Reiter könnte auch hinterher reiten und den verfolgen ok wir haben hier Bogen, oh wir haben hier unsere Pfeile vergessen und hier haben wir auch Bogenschützen die rufen wir gleich mal und die rufen wir auch gleich schnappt sie euch ja ihr könnt ruhig mal wieder schießen jetzt geht's ab alles kaputt oh der war schön der war richtig schön der eine Schlag der hier drei Leute ausgenockt hat nein 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 du schießt hier nicht mehr na klar gute Nacht so scheiße der Ritter der Ritter hat mich gesehen äh fuck ouch der hat mich gewonnen hittet ich hatte fast volles Leben so einer weniger aua 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 nicht Pfeile schießen das ist nicht fair oh der Bastalle ich bin hier der Fangkämpfer da liegt jemand da liegt jemand in dem Sinn Mama Mia ich kann nicht weg hä shit scheiße er weckt einfach alle auf doch du spürst was doch du spürst was gib zu guck dunk dunk bling stirb doch einfach au au aua weg hier au au der Mistcamp macht mich hier noch halb platt aaa ich bin tot ich bin K.O. mein ich und ich schießen und nichts passiert scheiße äh alternative Schnellenspeicherung muss mir was ausdenken hier unseliger die 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 so das sieht doch jetzt schon viel besser aus lenkt die ruhig weiter ab und ich werde hier Zeug einsammeln au du bist so gut wie tot höhö höhö der Vassal des Prinzen hat soeben seinen Beitrag zum Lösiger des Königs geleistet das war sehr liebenswürdig von ihm und tschüss tadaa heute Abend werden Freudengesänge unter dem Laubdach Sherwoods wiederhallen Robin hat das Geld des Sheriffs bravo so macht man das es geht ja in diesem Spiel ja nur darum so wenig wie möglich zu töten da ist ja scheißegal ob ich überhaupt alle ausknocke oder sonst was so jetzt haben wir leider überhaupt nichts gemacht äh also hier an Sachen Kampfverfahren und so aber egal jetzt ist die Quest dran Bruder Tuck sitzt im Gefängnis Derby Marians Beichtvater Bruder Tuck hat zugestimmt als Spion für sie zu arbeiten doch Marian hat eine traurige Nachricht für Robin Tuck wurde entdeckt und von Skatlock dem Skatlock meine ich dem schrecklichen Herr von Derby eingekerkert Robin kann ihn jetzt nicht im Stich lassen ok retten wir ihn ok ähm wir haben keinen der festet also müssen wir noch ein letztes Mal Studley mitnehmen bevor wir nämlich Bruder Tuck in unserer Mannschaft aufnehmen und den mitnehmen können Studley los geht's so ok wir haben jetzt zwei Leute hier oben wir haben zwei Leute hier wir haben hier überall zu viele Leute aber egal ja das wird sich jetzt gleich eh aufteilen also einer von euch kann sich hier verziehen ich habe eh viel zu viele Willy Ball ich habe eh viel zu viele ähm Steine ich kann gar nicht so viele aufnehmen oder ja ich bin schon auf Maximum gelandet ok dann hier Quest beginnen der böse Skatlock hat Bruder Tuck entführt Robin hat von den grausamen Praktiken dieses Herrn gehört und fürchtet dass der gute Mönch eine so harte Probe nicht lange überstehen wird Tuck muss so schnell wie möglich gefunden und vor seinem Peiniger gerettet werden die Bevölkerung von Derby kann ihren Herrn kaum leiden und schätzt es bestimmt nicht dass er einen Mann der Kirche auf diese Weise behandelt Robin braucht da niemanden als den sadistischen Pöbel zu fürchten denn den Skatlock seine Soldaten nennt sehr schön das hört man gerne seid ihr vier bereit so ok schauen wir uns mal kurz die Map an das sieht hier ziemlich heftig aus und ich kann euch verraten ich glaube das ist auch ziemlich heftig und im Moment haben wir hier auch keine Unterstützung durch Battler Naja ok ich würde sagen ich mach jetzt mal wieder einen Cut denn wir haben jetzt wieder einige Quests erledigt oder einige Aufgaben oder so und ja sollten mal wieder Pause machen und vielleicht mal wieder was anderes spielen also scheiße bin ich doof Moment ich muss nochmal nach Sherwood ich bin ja voll bescheuert ich kann doch hier nicht ohne Pfeile losziehen und vor allem ungeheilt los Robin lass dich heilen und lass dir Pfeile geben hier haben wir also wir haben auf jeden Fall hier genug Pfeile Leute das sind fünf Stück wir haben zwar nicht volle Pfeile aber brauchen die auch ständig und so aber die werden schon irgendwann voll sein ich will hier alles voll haben das wär cool so hier Heilung wir sammeln jetzt nochmal so ein Teil ein sonst müssen wir nämlich sonst kriegen wir nämlich kein neues das wär doof oh dankeschön im nächsten Level sind die dann wieder voll und du darfst jetzt hier weiter Äpfel einsammeln wartet mal wieso gebe ich wieso nehme ich eigentlich nicht den stärksten von denen oh den habe ich schon hier glaube ich ja ok cool also nochmal schnell los nochmal schnell das Anfangs Intro Einsprechteil überspringen und dann hier einen Cut machen sehr gut jetzt wissen wir halt nicht mehr welche Soldaten da sind aber ist egal das werden wir dann schon wieder rausfinden also bis zum nächsten Mal bei Robin Hood und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play bis dann Leute